Musik 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 Ja, ich hatte ja keine Sitzung. Pau, guadal. Der Passi auf dem Buch, ein. Ja, pass auf. Aber ich bin wirklich ein Buch, das auch. Aber ich bin wirklich ein Buch. Ich bin wirklich ein Buch. Schrobe! Also warum sind denn die Arzt? Wie? Ich hole keine Schrobe. Ich hab ja gesagt, dass die Bahn gemacht hat. Wir müssen die werden sich erst durchziehen und erweitens meine Söhne mit in die so zu fahren. Und so was ist da auch so? Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Endlich! Was hab ich gehört? Fabi, weißt du, woran du bist? Ich hab's noch nicht zugelegt. Du bist ein Bruder. Gib mal Vollgas und steck ihn mal Richtung Boden. Halt die Anlage an und daher keine Reihenweise mehr. Der sagt, er ist schon ein Bruder. Mich hat so ein Bruder. S Scheiß übernimmt. Ich hab' nämlich keinen Bruder. Aber ganz schön. Ich hab' den Reihenfolge immer in die Flurkantik. Ich hab' einen mittelischen Strang hier. Das ist wirklich gut, was wir heute machen. Aber ganz schön. Ich hab' diesen Tag gemacht. Jetzt wir mal hervorrufen. Und ich hab' den Kopf Governor geschrieben! Und ich hab' den Kopf gemacht, wenn wir können... Ja, das findet auch noch rum mit Trug, oder? Das ist immer noch ein. Ich muss nicht sagen, ich hänge zu tun, oder? Ich muss doch eigentlich so ein bisschen... Ich muss doch einfach sagen... Hh-h-h-h-h. Hh-h-h-h-h. Timo Stecker. Traur ist meine Rolle dabei! Timo. H-h-ha! Ich wollt schon sagen, ich wollt schon sagen, du. H-h-ha! Du... Du führst mich nicht aufs Klarreisung am Mann. Nächste Schiepladen. Ich wollte schon sein, oder? Nein, 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 ich hab sogar was Neues mitgebracht. Oh, da muss ich gleich gucken. Geht gleich los, erst noch für den Herrn. So, junger Mann, ich glaub, von so ist besser von dir. Ich bin nämlich die Mühe gemacht, mir die Kiste verschieben, um den Arm zu klemmen. Und bin dann zum Spandauer Ufer geformt. Und dann geht das da so eine Rampe runter, da war natürlich Happy, ich hab den falschen Zeitpunkt erwischt. Und mit der Kiste verschieben und dann haben wir runter. Krabbeldommel, dann runter, wieder hoch in seinem Beruf. Du, du, das nächste Mal, wenn du herkommst, musst du erst mal einen Triebenkalender gucken, das ist dann leichter, ne? Eine S20, das ist im Grunde genommen ist das die VS7. Nur bei der VS7, bei denen ist hier hinten das noch ausgewickelt. und dann ist das so. Und dann ist das eigentlich auch weiter. Und dann ist das so, die Wandelkasten, die ich auch so sagen kann. Ich bin jetzt auf die Seite. Und jetzt, da ist das so, ich habe mich so zufrieden. Und dann ist das so. Ich habe noch das so, ich habe mich so zufrieden, und das so ausgewickelt. Und dann ist es so, dass es mit den Berg, Ich bin auch gut mal hingefahren. Übrigens, ich habe gestern herunter gesehen bei Ritscher. Bei Ritscher? Bei Arno? Ja, bei Arno Ritscher. Aber ich habe eins gesehen, das läuft nicht mehr. Wenn es so steht, weißt du? So. Das hört ja auch. 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 Ich kann aber abbiegen und guck mir das Bahn. Das hört ja auch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Christian, ich glaube, ich habe die Trieb aus. Ja, der er mig. Nej, du kan bare tage bilen og køre herom og holde det igen. Og så har vi bare stolen om bagen og så langt. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF, 2017 ZDF, 2017 ZDF, 2017 ZDF, 2017